Willkommen bei der Baumschule Böhle. Auch wir nehmen an der Cool Water Challenge teil. Schönen Dank an Baumschule Hellwig für die Nominierung. Und jetzt zeigen wir euch mal, was wir so Kleines vorbereitet haben. Schönen Dank für's Zuschauen. Schönen Dank für's Zuschauen. So, wie ihr gesehen habt, es hat uns viel Spaß gemacht. Und auch wir nominieren zwei Kollegen. Unter einem Frank-Gründchen-Baumschule in Gieselhorst und Ulrike Promund in Olhade. Viel Spaß dabei. Ihr habt 72 Stunden Zeit, ein Video ins Netz zu stellen. Ansonsten freuen wir uns auf das Grillen. Danke! Wöller! Wöller! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR